Mehr Quote-Quest! Was sitzt in der Ecke und klappert? Pinocchio beim Wichsen! Ich bin der Alpha Kevin! Entschuldigung, wisst ihr wie spät es ist? Oh, sorry, er hatte noch Capstock an! 8.03 Uhr! Dankeschön! Warum sind deutsche Mädchen so niedlich? Sehr geil! Sehr geil! Möchtest du mal an meiner Schleckerstange leckern? Nein, nein! Sehr geil! Genie! Was? Was? Penis! Was? Was für Penis? Penis! Was für Penis? Penis! Was? Was? Ja! Hapa Hapa von Papa Napa! Hapa Hapa von Papa Napa! Bola. Hey, das ist ein schönes... D.H. Bola, D.H. Bola, D.H. Bola, D.H. Bola, D.H. Bola, D.H. Wenn ich ein Eichhörnchen wäre, könnte ich den ganzen Tag in der Öffentlichkeit mit meinen Nüssen rumspülen. Willst du auch welche? Nein, danke. Na, ihr kleinen Schlawiner, was macht ihr denn da? So sieht mein Kopfschmerzgesicht aus. Das war das Video, danke fürs Schauen und danke auch an die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, wie zum Beispiel Mourouge. Das war schon ganz schockend. Oskar? Oskar? Nee. Okay. Okay. Micha von LSCAP.de. Hallo. Max Christian Potas. Was? Max Christian Potas. Adrian. Hallo. Guten Tag. Wie heißt er? Nee, ich heiß schon nicht. Ach so. Okay. Hans Hansen? Nee. Okay. Dann war es eine Verwechslung. Macht nichts. Okay. Markus, du hattest recht. Du bist dabei. Willkommen im Video. Oh, guten Tag. Willst du ein Kuppi? Nee, danke. Ja, danke.